Sie ist aus diesem Traum zurückgekehrt Und am Boden blieb Das Shirt war geil. Ja, danke. Das war ein Geburtstagsgeschenk. Das ist halt so die Sache. Der Alf hat mir das T-Shirt zerrissen. Also das andere davon. Er kommt hierher, zerreißt mir das T-Shirt. Er greift mich an, ja. Ich habe ihn nur von meinem Grundstück verwiesen. Und er hat es nicht eingesehen und rennt sogar noch weiter auf mein Grundstück. Ich packe ihn und schubs ihn von meinem Grundstück. Der Typ ist so leicht gewesen. Ich hätte ihn hochheben und wegschmeißen können. Was hat er gewogen? Vielleicht 60, vielleicht 70 Kilo. Höchstens 80. Das ist lässig. Das hebe ich lässig hoch und schmeiß den weg. Und er kommt hierher und zerreißt mir mein T-Shirt. Er ist mit einem ganzen T-Shirt gegangen. Ich habe das schon so oft bereut, dass ich den sein T-Shirt nicht zerrissen habe. Dass ich den nicht fertig gemacht habe. Dass ich ihn richtig angegriffen und zusammengefotzt habe. Die drei hätte ich geschafft. Affenkeks geht mir bloß bis hierhin, wenn ich stehe. Der ist so klein, der geht mir bloß bis hierhin. Und ist selber ein kräftiges Viech. Das ist nicht so fett wie ich oder so. Aber für seine Größe hat er auch ein gutes Gewicht. Ich wette, der wiegt auch mindestens 20, 30 Kilo zu viel. Mindestens. Das ist ein großes Gewicht. Das ist ein großes Gewicht. Das ist ein großes Gewicht. Und das ist ein großes Gewicht.